Was heißt es, hochmütig bzw. demütig zu sein? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um den Wert der Demut. Ich habe gestern versucht, Demut zu definieren. Und ich hatte gesagt, Demut ist die Fähigkeit, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Demut, das ist die Haltung von Dienern. Das ist die Haltung von Menschen, die es darauf anlegen, anderen zum Segen zu werden. Das ist aber auch die Haltung von Menschen, die ein Maximum an göttlichem Segen abgreifen wollen. Es ist nämlich schlau, demütig zu sein. Ich weiß, das klingt erst einmal komisch, fast schon berechnend, aber warum nicht? Darf ich nicht schlau sein? Darf ich mich nicht am Vorbild Gottes orientieren, um dann schlussendlich festzustellen, dass seine Gedanken zum Leben mal eben die besten sind? Also zurück zur Demut. Demut ist ein Charakteristikum von reifen Christen. In dem Maß, wie ich es dem Heiligen Geist erlaube, mich mehr und mehr in das Bild Christi umzugestalten, in dem Maß werde ich mich mehr als Diener verstehen und in meinem Verhalten demütiger werden. Ich werde immer mehr begreifen, dass Demut ein Aspekt meiner Berufung ist. So wie es im Epheserbrief Kapitel 4 in den ersten beiden Versen heißt, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Da ist sie, die Demut. Wandelt würdig der Berufung? Und was ist unsere Berufung? Dass wir einander mit aller Demut ertragen. Dass wir fähig werden, uns im Umgang mit den Geschwistern nicht so wichtig zu nehmen. Und Paulus kann den Philippern davon schreiben, wie er sich wünscht, dass in ihnen die Gesinnung Christi wächst. Dass sie immer mehr so werden, so denken, wie der Herr Jesus selbst. Und er beschreibt ihnen, wie der Herr Jesus die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat, um den Menschen zu dienen. Wie er als Gott Mensch wurde und uns darin ein Vorbild ist. Wenn Gott schon mir dient, wie viel mehr ist es dann richtig, dass ich mich um meine Geschwister in der Gemeinde kümmere? Es ist wichtig, schreibt Paulus das, Philipper 2, in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Philipper 2, die Verse 3 und 4 Demut Ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich drehe mich nicht mehr nur um meine Bedürfnisse, sondern ich gewinne einen Blick für den Nächsten. Ich überlege, wie ich ihm zum Segen werden kann. Ich investiere mich in Menschen, stille ihre Bedürfnisse, lindere ihre Not. Das ist Demut, wenn ich in meinem Leben nicht nur meine Bedürfnisse sehe, sondern wenn ich Raum schaffe für die Anliegen anderer Menschen. Und wie gesagt, es ist schlau, demütig zu sein. Drei Verse, die euch das zeigen sollen. Fangen wir mit dem an, den wir gestern schon hatten. Sprüche 29, Vers 23 Der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn, der Demütige aber erlangt Ehre. Menschen mögen hochmütige Menschen nicht. Man mag sie nicht als Freunde, man mag sie nicht auf der Geburtstagsfeier, man mag sie überhaupt nicht. Wenn es dir wichtig ist, dass Menschen dich schätzen, eine gute Meinung von dir haben, du in ihren Augen ein Vorbild bist, dann trainiere Demut. Menschen lieben die Menschen, die für sie sind. Wenn ich merke, dass da jemand ist, der sich ehrlich fragt, wie er mir zum Segen werden kann. Wow! Das ist etwas ganz Großes. Vor allem deshalb, weil es so wenig Menschen davon gibt. Ich kenne viele Menschen, die zu mir kommen und etwas von mir wollen. Und das ist okay. Aber es sind wenige, die kommen, weil sie sich über mich Gedanken gemacht haben, die nichts haben, sondern geben wollen. Und diese wenigen, die Demütigen, die sind Gold wert. Also Punkt 1, der Demütige erlangt Ehre. Punkt 2, Gott beschenkt den Demütigen mit Gnade. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, gemeint ist in der Gemeinde die Jüngeren, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Wenn wir eine Sache im Leben brauchen, dann ist das Gottes Gnade. Wenn wir beten, dann bitten wir Gott um seine Gnade. So wie es im Hebräerbrief heißt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Gottes Barmherzigkeit und Gottes Hilfe ist für den Demütigen. Ich kümmere mich um andere und Gott kümmert sich um mich. Mir sind andere egal, tja, dann darf ich nicht erwarten, dass Gott meine Gebete erhört. Wie gesagt, es ist schlau, demütig zu sein. Letzter Punkt, ich werde meine Sorgen los. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demut heißt, von sich nicht zu groß zu denken. Im Blick auf meine Sorgen bedeutet das, ich akzeptiere, dass ich sie nicht allein schultern kann. Sorgen sind Chefsache. Ich darf sie auf Gott werfen. Wenn ich demütig bin, werde ich genau das tun. Der Hochmütige tut das übrigens nicht. Gestern habe ich euch gesagt, dass es im Blick auf Hochmut drei Warnzeichen gibt. Mir werden andere Meinungen egal, meine Fehler egal und Menschen egal. Der Hochmütige ist arm an Freunden, an Korrektur und an Fürbitte. Hier ist Warnzeichen Nummer 4. Der Hochmütige kann seine Sorgen nicht bei Gott abgeben. Ihm wird Gottes Fürsorge egal. Beziehungsweise er denkt, dass er sowieso am besten weiß, was für ihn gut ist und am besten auf sich aufpassen kann, am besten für sich sorgen kann. So tickt der Hochmütige. Der Demütige? Komplett anders. Der freut sich über Gottes mächtige Hand und wirft alle Sorge auf ihn. Das Thema heute war der Wert von Demut. Und mir war wichtig, euch folgendes mitzugeben. Es ist schlau, demütig zu sein. Schlau deshalb, weil Menschen werden mich toll finden. Ich erfahre Gottes barmherzige Hilfe und ich weiß wohin mit meinen Sorgen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob du demütig bist. Ob andere Menschen mit ihren Nöten in deinem Denken und in deinem Gebetsleben einen Platz finden. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, dann besorge dir doch die Frogwords App. Damit hast du es noch leichter auf die Skripte zum Podcast zuzugreifen und du kannst Episoden, die dir besonders gut gefallen, mit deinen Freunden teilen. Der Herr segne dich. Erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.